So Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Blumzibromagie 2. Oh, das letzte Mal, das ich gespielt habe, ist auch schon eine ganze, ganze Weile her. Ja, vor gut anderthalb Wochen habe ich das letzte Mal gespielt. Habe aber fleißig trotzdem Experimente gemacht. Und habe jetzt 455.000 rote Blobs, äh, rote Blobs, Blobs, wie auch immer. Und es gibt sogar eine kleine, irgendwie so ein kleines Geheimnisentschieden, wenn man einen Superaffen dreht. Ich weiß zwar nicht irgendwo, was soll das sein, aber irgendwie kriege ich es gar nicht hin. Wir können auf jeden Fall erstmal ein bisschen was verbessern. Power-Ups. Ne, das wollte ich nicht. Die kann man verkaufen, ist ja interessant. Ah, hier kann man nochmal lesen und nachlesen, was die machen, das ist ja auch cool. Das ist wirklich sehr kommentiert, dann gibt es noch unbekannte. Es gibt noch ein normales und sogar noch drei, drei Sterne Einheit, Items gibt es noch. Nicht übel. Ah, komm, ihr seht ja noch, Rang, Rang 4 gibt es. Der Knoll sieht also dieses Power-Up aus. Nicht schlecht. Und was ist denn hier so? Unbegrenzte Reichweite auf Rang 4. Nicht übel. 100% mehr Blobs, 200% mehr Nice. Ah, könnte man irgendwann durch ein Beispiel nochmal durchgehen. Das sind also die Power-Ups. Ah, verstehe. Und hier können wir dann natürlich aufrüsten. Erhöhter Schaden, extra Mob und Boss Schaden, Überdrucksprengstoffe zerschmettern. Die Belohnung 244.000. 5 Energiestrahlen. Ah, machen wir erstmal, aber auf jeden Fall 5 davon. Und dann haben wir hier noch der massive Untergang. Erzeugt eine unendliche Vernichtungsenergie. Ah, machen wir die Peitschen auch noch. Hauen wir rein. 158.000 haben wir nur noch. Können wir euch mal auf den Schneeaffen gehen. Wobei der Schneeaffe, der ist jetzt nicht unbedingt so wertvoll, den mitzunehmen. Muss man jetzt nicht unbedingt. Weil wir nicht ihn ja auch benutzen kann, den Superaffe. Ich kann den hier noch aufrüsten. 144.000. Na ja, dann kommen. Auf dem Maximum Superaffe. Der Kauf von Blumenmeister hat deine erste epische Waffe freigeschaltet. Sehen wir uns das mal an. Und jetzt sehen wir uns die mal an. Epische Waffen sind die stärksten, die es gibt. Jeder hat einen einzigartigen und durchschlagenden Effekt, der mehrere Male während eines Kampfes aktiviert werden kann. Epische Waffen sind nicht billig, aber wenn du sie im Ansehen hast, haben die Blumen keine Chance mehr. Aber da seht ihr Nummer 1 ist Sidewinners plus Dauerfeuer. Schwerer Schaden bei Mord und Boss Blumen. Super Hornet wird sie dann Flügelmann. Ja, okay. Da würde ich aber erstmal ein bisschen sparen müssen. Da haben wir mittlerweile schon drei Sterne. Hier könnte ich dann episch auch ausrüsten. Da. Sehr schön. Da haben wir gleich mal hier das Achievement. Da wollte ich rauf, nicht auf das Labor. Da. Bringen einen Superaffen auf drei Sterne. Ja, damit. Nice. Okay. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich mal weiter mit der nächsten Mission. Wo sind wir denn hängen geblieben? Bei der 38. Und da sind so viele Bloons, die man poppen könnte. Aber für die 50 Dinger lohnt sich das irgendwie nicht so richtig. Ähm, jo. Auf geht's. Nehmen wir mal, nehmen wir mal mit. Wenn wir uns natürlich um Falthorizente eingehen, wenn die jeden Blumenstehen, die sie treffen. Dann müssen wir aktivieren, ne? So, wirklich was zum Benutzen habe ich gerade nicht. Mir wurde übrigens der Tippe gegeben. Was wirklich sehr cool ist. Ähm. Ah, jetzt werde ich danach. Erzähle ich danach. Also von wegen da um die, äh. Alter sind das viele Bloons. Äh, das sind viele Bloons. Ah, das Moapai. Zerstört. Zerstört. Äh, oben rechts die, äh. Die Medaillen. Wenn sie durchgestrichen sind, bedeutet es, ich kann sie nicht mehr bekommen. Wusste ich vorher nicht. Oh, die sind Tarn, Tarnmoops. So sieht das aus. Und mich würde ja auch mal interessieren, wenn ich die roten Bloons fallen lasse. Na ja, die verschwinden irgendwann. Weil, älter meinte, ich muss die gar nicht aufsammeln, weil die bleiben mir eh, die bleiben mir eh unendlich lange. Oh, ein richtiger Moop. Ah, meine Güte. Komm, komm, komm. Stirb, stirb, Moopschläge. Komm, Moopschläge. Los. Go, go, go. Na, Gold kann ich zum Beispiel nicht mehr kriegen. Seht da oben. Die Medaille ist. Die Medaille ist durchgestrichen. Das heißt, ich kann höchstens noch noch Silber bekommen. Da kam ein Moab heraus. Ich würde schon ganz gerne mal killen. Das ist bestimmt ordentlich was. Alter, geht einmal gar nicht hin zu killen. Holy shit. Okay. Ging wohl nicht. So, und für das nächste brauche ich halt... Ah, super Wettkopf. Noch ein Abfaller. Für das nächste brauche ich halt ein paar Medaillen. Ein paar Goldmedaillen. Rote Rausch. Das ist neu. Habe ich einfach übergeklickt. Das ist ja ätzend. Wir brauche ich... 20 Goldmedaillen. Ich wollte ganz kurz auf das Power-Up. Da, Mann. Ne, ein Freire leicht gemacht. Das ist mit roter Rauch oder so. Hier. Roter Rausch. Weil alle blauen Büsse in einem Leben nur Akkuer hatte ich schon. Hatte ich schon. Warum ist hier was... Hier, das kann ich noch mal verbessern. Wobei das aktuell brauche ich ja nicht unbedingt. Ich nehme mir ja mal einen Super-Affen mit. Ah. Ja. Also jetzt brauche ich ein paar Goldmedaillen. Können wir uns hier hinten mal eine Bindung beholen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Da haben wir welche. Das sollte doch sicherlich möglich sein. Jetzt sind wir alles... Alles rote Blubz hier. Und die 5 Energiestrande sind auf jeden Fall auch... ...prächtig. ...prächtig. Alle geplatzt. Ja, viel ist hier nicht mehr übrig geblieben. Alle kaputt gemacht. So, Diamant kann ich anscheinend nicht mehr bekommen. Ist das schon wieder ärgerlich. Dafür habe ich anscheinend zu wenig Bluens platzen lassen. Aber ich habe es natürlich auch erstmal ganz klar. Gold. Diamant kann man später mit den Skills machen. Na, da ist was. Silber. Ein Roboter. Komm, wo seid ihr? Da, seid ihr. 1.800 für nur noch für die Goldmedaillen. Oh, da war ja was hinter mir. Na, wo seid ihr? Gold. Und es fehlt leider noch was für Diamant. Hm, schade. 100 hätten noch gefehlt. 100 hätten noch gefehlt. Und ein Seitenwischer. Ein Blutmagnet. Und ein Glücksbringer. Hät die Chance, seltene Papst und Kisten zu finden. Nicht schlecht. So, dann haben wir das auch noch in Gold. Nummer 12. Und dann, ja. Nicht immer so ein Magnet mit. Kann nicht schaden, glaube ich. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal die Goldmedaillen, die wir benötigen. Und viel macht der, der Dings nicht so viel Damage, ne? Der mag, das sind die Magie. Aber wie sehe ich denn nicht so viel Schaden machen, oder? Der Magnet ist cool. Gab es hier schon die Blöds, ja? Wahnsinn. Hm, aber Diamant kriege ich auch schon nicht mehr. Aber ich habe schon wieder so viele so viel übersehen. Terror durch Technik, nein, das ist der Wizard. Aber es ist gerade kommen gar keine mehr, wenn hier der Wizard da ist. Da fehlen die Massen an Blooms, um diesen Skill wirklich nützlich, um diesen Skill wirklich gut nutzen zu können. 1205 bis zur Goldmedaillen und dann können wir auf jeden Fall weitermachen mit der Story. Also, man zieht es natürlich ganz klar auf jeden Fall in jedem Level 100% der Blooms und jede Medaille, wobei jede Medaille nicht allzu schwer sein sollte. Ich werde, dass man die Story durchspielt, da werde ich erstmal alle Medaillen holen und dann haben wir auf jeden Fall genug, genug Blooms, um, oh, hier ist ja ganz, ganz viel A-Seiter, genug Blooms, um, 1,2, um alles aufzurüsten. Na, 130 hat noch gefehlt. Sieht noch ganz gut an, die, die Peitsche. 99 Blooms haben noch gefehlt. Das ist ja wirklich echt ärgerlich. Gold und wir haben ganz gut, ja, ja, lass mich in Ruhe, ich weiß, dass es weitergeht. Wie viel Prozent an Blooms statt 68% irgendwie 92%, was auch schon eine ganze Menge ist. Ähm, so, im Labor kann man, ach, das ist immer noch der Eisaffe. Soll ich mich mal nicht nerven damit? Aber es gibt einfach mal, das ist ein Wahnsinn, wie viele, wie viele epische Dinge, es gibt, wie teuer das halt auch alles ist, weißt du? Vom Yeti ist ja auch nochmal komplett anderes, das ist schon heftig. Ähm, okay, wir machen ganz, ganz nur eine kleine Pause mit Ihnen, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Blooms Supermonkey 2. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann. Ciao!